ich habe mir herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast Infinity so wir sind immer noch schön am Solar Panels craften Advanced noch vier Stück Start so und inzwischen das Craften können wir wieder drüben am AI weiter bauen so denn wir wollen heute den Laborator Block bisschen Basalt bisschen Carpenter bisschen wie ist Zeug schon wieder ähm Canvas bisschen Fick and Glass Cover äh was brauchen wir noch für das Zeug strips ok den Rest können wir uns selber machen 1 2 3 4 5 6 7 und 2 nach hinten ok hat das 7 und 2 nach hinten 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 2 3 2 2 3 2 es kommt natürlich da weg 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 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 7 6 6 7 9 und ich muss theoretisch nur so machen jetzt auch schon weniger okay ganz kurz wartet wartet wir können das kann auf tage dauern das ist alles draußen ist so 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 das nicht mal dass der restlich macht dann offscreen ich stelle es in zwei ein aber sie will wir letzten mal die fortune maschine aufgebaut haben und vergessen die ganze filter zu setzen die letzte mal sich schon locker fünf folgen hier das hammer gerät perfekt der 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 das fehlt noch alles im filter da unten so 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 um für die kristin kraft capacity eins bitteschön dankeschön fähig bis die karte schau schau kohle war schon drin ok kohle ist einfach nur so verpackt ok perfekt und ich meine mit hammer maschine die da die da draufkommt auf die erze so oh ich wollte eigentlich schauen wie das alles funktioniert ups wie hoch das ist das ist drei hoch sehe ich von da drei hoch und dann geht es oben auseinander ok zu nach hinten perfekt muss das sein genau dann haben wir in der mitte normalen kabel das block so genau vier sind dann die die hier genau dass die jahre von die genau carpenters perfekt dann brauchen wir noch die anderen lab laboratory blocks denn wir müssen hier oben nämlich auch voll machen nein verdämlich ähm ich stelle dir mal fackeln auf damit ihr nix keine fliedermäuse sondern direkt drin spawnen hatten wir alles schon mal ist nicht witzig so 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 dann können wir gleich das AI zeug wieder schön verstecken wie das auch wieder schön fancy ausschaut für fancy infancy so und so dann brauchen wir ein bisschen canvas das weil das problem ist wenn ich da laboratory blocks reinklicken würde hätten die keine connected textures dann würde das so fliesen mäßig auch schon kann kann so cool auch schon passt aber hier das konzept überhaupt nicht mit rein dann könnte ich noch ein layer drauf so dann jetzt machen wir das anders dann packe ich hier noch das als ein dann so dann das dann das dann 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 das dann jetzt schon weg genau hier habe ich auch einen Zugriff na komm, mach schneller ich weiß, ich muss den Channel bist du jetzt online? Cable brauch Cable und ich könnte das hier auch gleich craften drin das brauche ich wieder so okay ich nie Gebel, 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 ich wurde nie so und es geht so dann passt es auch gleich so so nein, boah, 1828 Altjahr das war gerade das System weg hey, doch, Gebel, Schmuck hm perfekt so jetzt sind wir jetzt wird das ganze Zeug auch nicht mehr zum wie AE Zugriff schaut doch ganz cool aus, oder? so cool it's very cool sehr cool ähm wir wollen ja nämlich ein Dach noch drauf haben im Gegensatz zum anderen Haus hm so jetzt die Frage wo stellen wir jetzt die Maschinen hin? wollen wir für die Maschinen auch solche Dinger wie breit ist das 1,2,3,4,5,6,7 äh da, 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 da das 7, ich nehme mal kurz einen Tape-Measure und hier bis hier ist es 7, ok jetzt bruch hier laboratory blocks 3 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 7 7 es stimmt es wird 19 was 11 das stimmt 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 11 genau Und bauen wir hier das, so, dann blocken wir hier, 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 das da, so, dann kommt hier nämlich ein hin, und hier dann genau dasselbe, da sind 8, das ist hier, hier wird platziert, das sind 7, genau, 7, 8, schieben, hier, perfekt, mhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm so 2 zu Fägt zu Ursch und so Fägt 3 hoch die Tüte die die nur wieder die Karpenters Blocks wieso Karpenthaus 08 die und von anderen so Edge so 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 Perfekt die Soda rein sieht auch alles gut aus sind wir ein bisschen basalt so 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 passt 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 perfekt laboratory so an so so wie die Karpenthaus Blocks weiterhin nicht 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 Carpenters das wir mehr 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 so 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 okay gut gut so falsch auch falsch immer noch falsch ist dumm so platziert ja die Ecke dauernd falsch schaub so 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 wie die Dinger gebaut werden perfekt so so dann brauchen wir das so und so perfekt dann kommen wir in einer Seite kommen Recycler rein 1 2 3 4 5 genau hier werden dann die Recycler reinkommen und hier kommt dann jeder Messwerber und die zwei anderen Blöcke rein vielleicht zwei zwei Messwerbs ich glaube es sind zwei Messwerbs keine Ahnung kann hier schon mal platzieren und hier äh replicator oh der Pattern Storage fehlt noch oh verdammt hm dann wird es doch nur einer und wie nehme ich denn das oh hm hm nebrennsch rünsche 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 so so hier hinten wird es die Focken zu platzieren äh egal machen wir mal kurz hier auf so 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 ähm nicht kennen wir es laboratory block so so und hier noch das selber Spielchen so 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 und hier das genau und ganz rechts die Replicator fehlt noch der Penance Storage hier der Messfabricator Perfekt dann brauchen wir noch paar Recycler aber ich würde sagen das ist erstmal von dieser Folge in dem Sinne danke fürs Zuschauen lasst dir doch einen Daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Video ciao ciao so so